Im Juli 1986, zwei Monate nach der furchtbaren Katastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl, gab der KGB eine Liste mit streng geheimen Anweisungen heraus. Ganz oben auf der Liste stand, die tatsächliche Ursache für den Super-GAU dürfe niemals bekannt werden. Aber ein Mann wollte trotzdem die Wahrheit herausfinden. Der Atomphysiker Konstantin Pavlovich Tschetscherow. Deshalb ist er immer wieder in die Ruine geklettert. Sogar bis unter den Sarkophag, der den zerstörten Reaktor Nummer 4 mittlerweile umgibt. Dabei fand er seltsame Spuren des Unfalls, die mit den Erklärungen nicht zusammenpassten, die man seinerzeit gegenüber der Weltöffentlichkeit abgegeben hatte. 1990 nahm Tschetscherow Kontakt auf mit dem russischen Geophysiker Mikhail Tschatayev. Tschatayev besaß geheime Seismogramme, Beweise für die wahre Ursache des Unfalls. Tschetscherow und Tschatayev verabredeten ein Treffen. Er war in Moskau auf einer Dienstreise. Ich arbeitete damals in Tschernobyl und machte Urlaub in Moskau. Wir wollten uns im Institut treffen, aber es klappte nicht. Wir haben nur telefoniert. Am Telefon hat er dann alles bestätigt. Die Seismogramme, die würden tatsächlich existieren. Und er sei überzeugt, dass ein Erdbeben im Spiel gewesen sei. Doch irgendwie hatte er Angst zu reden. Wenn man seine Kenntnisse mit den offiziellen Angaben über die Katastrophe vergleicht, dann hatte er wohl Angst davor, geheime Informationen weiterzugeben. Tschetscherow hat Tschatayev nie getroffen. Und 1995 verschwand Tschatayev spurlos. Das Beweismaterial ist aber zwischenzeitlich in Moskau aufgetaucht. Am Institut für Geophysik. Seitdem schlagen angesehene russische Wissenschaftler Alarm. Man sollte die wissenschaftliche Öffentlichkeit vieler Länder mobilisieren. Besonders in Europa. Wenn so etwas irgendwo noch einmal passiert, dann wird es schrecklich. Der Unfall von Tschernobyl am 26. April 1986 war die bisher schlimmste Katastrophe in einem Atomkraftwerk. Tschernobyl wurde zum Sinnbild für unfassbares Grauen. Seitdem lebt die Welt mit der ständigen Angst vor einem nächsten Super-GAU. Immerhin stehen heute fast 500 Atomkraftwerke rund um den Globus. Erst 36 Stunden nach dem Unfall hatten die Behörden damals mit der Evakuierung der Bevölkerung aus den am stärksten betroffenen Gebieten begonnen. In den ersten Tagen nach dem Unfall wurden alle Informationen zurückgehalten. Die sowjetischen Experten wollten sich erst ein Bild von der Schwere des Unfalls machen. Große Teile Europas wurden von massivem radioaktivem Niederschlag betroffen. So hohe Werte wurden noch nie gemessen. Mehr als 20 Länder mussten den Verzehr von belasteten Nahrungsmitteln verbieten. Sogar Lapland, jenseits des Polarkreises, wurde schwer verseucht. Die extrem hohe Radioaktivität überraschte die Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Hunderttausende von Rentieren mussten notgeschlachtet und das Fleisch vernichtet werden. Der sowjetische Staat wollte der Welt zeigen, dass er die Lage im Griff hatte. Und so begannen direkt nach dem Unfall verzweifelte Aufräumungsarbeiten. Aktionen, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Eine besonders gefährliche Aufgabe bestand darin, die hoch radioaktiven Trümmer des Reaktorkerns zu beseitigen, die auf das Dach des angrenzenden Kraftwerk Blocks B geschleudert worden waren. Die hastig angefertigten Schutzanzüge boten den Helfern kaum mehr als psychologischen Schutz. Gegen die mörderische Strahlung konnten sie so gut wie nichts ausrichten. Nach inoffiziellen Quellen starben viele der todesmutigen Männer später dann auch tatsächlich an der Strahlenkrankheit. Bald darauf stieß eine Gruppe von Wissenschaftlern zu den Aufräumungskommandos. Einer von ihnen war der Atomphysiker Konstantin Pavlovich Tschetscherow. Die Forscher hatten sich freiwillig zum Einsatz gemeldet, aus wissenschaftlichem Interesse. Es war im Juni 1986, zwei Monate nach dem Unfall, als Konstantin Tschetscherow nach Tschernobyl kam. Ich sollte die Wärmestrahlung untersuchen, mit einem amerikanischen Spezialgerät. Es war ein Infrarot-Fern-Thermoscanner. Mit dem Hubschrauber sollte ich über den Reaktor fliegen und seine Temperatur messen. Das war meine Aufgabe, deshalb kam ich nach Tschernobyl. Aber von oben konnte ich nichts Interessantes entdecken. Die Reaktorruine hatte nur 24 Grad Celsius. Und das an einem heißen Sommertag, mit 35 Grad im Schatten in der Umgebung. Wir sind auch nachts geflogen. Das Gebäude kühlte dann ab, auf 14 bis 15 Grad. Nur der offene Reaktorkern, der behielt seine 24 Grad. Die sowjetischen Experten befürchteten eine erneute Kettenreaktion in dem zerstörten Reaktorkern. Deshalb war die Überraschung groß, als man bei den Messungen vom Hubschrauber aus eine völlig unverdächtige Temperatur feststellte. Nachdem Tschetscherow auf diese Weise keine heißen Zonen finden konnte, beschloss er, am Boden weiterzusuchen. Das Risiko einer massiven Verstrahlung war zwar enorm, aber er nahm es mit seinen Kollegen kaltblütig in Kauf. Schwer beladen mit Hightech-Messinstrumenten forschten Tschetscherow und seine Leute nun direkt in der Reaktorruine weiter nach Wärmenestern. Eins kann ich sagen, irgendwelche heißen Punkte haben wir nicht gefunden. Die lagen vielleicht woanders. Aber wo sollten wir denn noch suchen? Jedenfalls hatte ich eine neue Aufgabe. Ich untersuchte den Reaktorblock und ermittelte die radioaktive Strahlung in der Ruine. So verging der Sommer. Helfer wurden abgelöst und neue kamen. Zwei Jahre später schickte das Kurtschatow-Institut ein Forschungsteam nach Tschernobyl. Danach kamen die Arbeiten systematischer voran und auch gezielter. Allerdings, echte Vorstellungen vom Unglückshergang fehlten immer noch, fast vollständig. Aber die Forscher gaben nicht auf. Sie wollten einfach herausfinden, wie die Katastrophe passiert war. So trauten sich Tschetscherow und seine Leute endlich sogar in das Herz des zerstörten Reaktors. Wir sind in den Reaktorschacht geklettert und weitergekrochen. In den ehemaligen Kontrollraum über dem Reaktor. Sogar in die Räume unter dem Reaktor. Fotos und Videos haben wir gemacht. Hunderte von Proben genommen und, ich möchte sagen, tausende von Messungen durchgeführt. Erst danach haben wir langsam geahnt, was mit dem Block 4 tatsächlich passiert ist. Und plötzlich wurde uns klar, die offiziellen Erklärungen aus dem Jahr 1986 passten überhaupt nicht mit dem zusammen, was wir vor uns sahen. Der Unfall von Tschernobyl stellte die neue Glas-Noss-Politik auf eine harte Probe. Generalsekretär Gorbatschow trat mit einer persönlichen Erklärung zu der Katastrophe vor die Öffentlichkeit. Doch gleichzeitig, im Juli 1986, übergab der KGB hohen Politikern und Beamten eine geheime Liste mit eindeutigen Anweisungen. Diese Liste war wirklich auf eine merkwürdige Art entstanden. Ganz einfach beim Geheimdienst, beim KGB. Das war ungewöhnlich. Eine politische Entscheidung. Die Liste kam heraus und alle Leitungskader mussten sich daran halten. Punkt 1 der Liste. Alle Informationen, die die wahren Ursachen der Reaktorkatastrophe enthüllen, sind streng geheim. Also waren doch alle offiziellen Verlautbarungen unwahr, weil sie ja nicht geheim waren. Sehr merkwürdig. Ende August 1986 nahm eine sowjetische Delegation an einer Konferenz in Wien teil. Unter der Leitung von Valery Legasov wurde dem Plenum aus internationalen Experten und der Weltöffentlichkeit die offizielle Version des Unfalls von Tschernobyl präsentiert. Man muss schon sagen, die internationalen Experten nahmen die Angaben der sowjetischen Delegationen sehr geduldig auf. Es wurde niemand gedemütigt, es wurde kein Druck gemacht. Man hatte den Eindruck, dass die Sowjetunion ungewöhnlich offen über den Reaktorunfall berichtete. Entsprechend der offiziellen Erklärung wurde der nächtliche Reaktorunfall durch menschliches Versagen verursacht. Durch einen unverantwortlichen Versuch, der klären sollte, was bei einem plötzlichen Stopp der Turbine zu tun sei. Als man zum Notschalter griff, war es schon zu spät. Um 1.23 Uhr und 59 Sekunden sprengte eine gewaltige Explosion das Dach der Reaktorhalle weg. Glühende Grafittrümmer hagelten auf die angrenzenden Gebäude. Und eine Wolke radioaktiver Teilchen stieg kilometerhoch in den Nachthimmel. Die Mitarbeiter jener Nachtschicht wurden als Verbrecher vorgeführt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Die sowjetischen Behörden gaben ihnen die ganze Schuld an der Katastrophe. Die internationale Presse hatte keinen Zugang. Für eigene Recherchen der Journalisten gab es keine Chancen. Und so erschien die Weltpresse ausschließlich mit der amtlich verlautbarten Version des Reaktorunfalls. Der Großeinsatz der sowjetischen Stellen wurde im In- und Ausland mit Interesse verfolgt. Aus den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten kamen Fahrzeuge zur Unterstützung. Helfer aus der ehemaligen DDR sollten später an Krebs erkranken, nur durch das Säubern der kontaminierten LKWs. Sie kämpfen noch heute um ihre Renten. Bei dem Großeinsatz wurde der geborstene Reaktor mit einer massiven Kiste aus Beton umbaut. Nur zur Sicherheit. Doch Tschecherow und seine Leute fanden klaffende Lücken in diesem sogenannten Sarkophag. Keine Spur von einer hermetischen Versiegelung der Ruine. Es wurde offenbar auch viel weniger Beton verbaut, als offiziell behauptet. Tschecherow glaubt heute nicht mehr, dass man die Ruine jemals ernsthaft hatte versiegeln wollen. Wir haben einen Journalisten eingeladen, von der wichtigen ukrainischen Zeitung Pravda Ukraini, die viel über Tschernobyl berichtet hat. Wir haben ihn ins Innere des Sarkophags mitgenommen, unter das Dach. Da fliegen Vögel herum, es ist taghell. Wir fragten den Journalisten, warum er nicht schreiben will, wie es hier wirklich aussieht. Er antwortete, man soll die Bevölkerung nicht beunruhigen. Vielleicht hatte er recht, man hat die Leute schon oft genug beunruhigt. Wenigstens in dieser Sache sollte man einfach sagen, dass alles in Ordnung sei. Aber das war noch die alte Sowjetunion, und die brach bald danach auseinander. Da war es mit der Ruhe der Bevölkerung vorbei, weil ja in Wirklichkeit überall Risiken drohten. Schließlich muss man die Leute auch mit den gefährlichen Risiken einschüchtern, und so kommt man an Geld für mehr Sicherheit. 1992 schrieb die ukrainische Wissenschaftsakademie einen Wettbewerb für internationale Experten aus. Sie sollten Vorschläge zur Dauerlösung des Tschernobyl-Problems einreichen. Daraufhin formierte sich ein Team aus französischen, britischen und deutschen Experten, die sogenannte Allianzgruppe. Das Team untersuchte, wie man den bestehenden Sarkophag in eine zweite und tatsächlich dichte Konstruktion einkapseln könnte. Finanziert wurde die Studie durch die Europäische Gemeinschaft. Der Bericht der Allianzgruppe wurde 1995 fertiggestellt. Er enthält angeblich mehr Material, als jemals zuvor gesammelt wurde. Einiges deutet aber darauf hin, dass der Bericht doch mehr auf die offiziellen Zahlen der Behörden baut, als auf eigene Recherchen. So wird geschätzt, dass noch mehrere hunderttausend Kubikmeter radioaktives Material im Reaktor liegen. Davon allein 40.000 Kubikmeter hoch radioaktiver Abfall, vermischt mit 200 Tonnen nuklearem Brennstoff. Doch würde das zutreffen, dann müsste der Sarkophag bis zum Rand mit radioaktivem Material gefüllt sein. Und Tschetscherow und seine Leute könnten wohl kaum da unten herumklettern. Jedenfalls niemals ohne aufwendigen Spezialschutz. Sie würden mit Sicherheit auf der Stelle schwerste Strahlenschäden davontragen. Also, das heißt, ein Großteil der üblichen Vorstellungen über Tschernobyl hat mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Die Leute, die in Tschernobyl arbeiten, die kennen natürlich die Wahrheit. Aber sie belächeln die Aufklärungsbemühungen und behalten die Wahrheit für sich. Schließlich verkündet die Allianzgruppe ihre Ergebnisse. Erstens. Der bestehende Sarkophag ist instabil. Erdbeben oder andere Naturkatastrophen können ihn leicht zum Einsturz bringen. Zweitens. Auch der angrenzende Block B ist nicht stabil. Auch er kann bei einem Erdbeben einstürzen. Drittens. Mit dem Bau einer stabilen neuen Betonhülle sollte sofort begonnen werden. Denn die Furcht vor Erdstößen hier ist realistischer, als viele denken. Wir arbeiten eng mit der Allianzgruppe zusammen. Wir haben alle Daten herausgegeben, auf die Messdaten aus den Gebäuden und den seismischen Bericht. Der Bericht wurde extra ins Englische übersetzt. Er liegt der Allianz vor und jetzt auch der Nachfolgerin der Allianz, der Projektleitung Molito. Der Bericht enthält alle Informationen über mögliche Erdbeben in der Gegend von Tschernobyl. Und er ist wissenschaftlich einwandfrei. Danach ist das Atomkraftwerk ausgerechnet dort gebaut worden, wo sich zwei riesige Bruchlinien treffen. Man könnte sagen, zwei Bruchlinien planetarischen Ausmaßes. Der südliche Pripyatbruch und die sogenannten Teterov-Linien. Tektonische Bruchlinien mit ihren gewaltigen Spannungskräften entstehen dort, wo große Platten der Erdkruste im Untergrund aneinander entlangschrammen. Wenn die Spannung zwischen den Blöcken stärker wird als die Kräfte, die die Platten zusammenhalten, bewegen sie sich ruckartig. Die Erde biebt. Schon lange vor der Tschernobyl-Katastrophe hat man sich immer wieder gefragt, wo risikoreiche Unternehmen zu platzieren sind. Sollte man atomare und chemische Anlagen in die Nähe von geologischen Bruchlinien bauen? Besser nicht. Aber Bauvorschriften zu dieser Frage existieren nicht. Und wenn es keine Vorschriften gibt, dann kann auch niemand gegen Vorschriften verstoßen. Die Bauleute wussten ganz einfach nicht, welchen Abstand von Erdbebenzonen der Betrieb einzuhalten hatte. Doch Tschernobyl ist beileibe nicht das einzige Atomkraftwerk, das einer Zeitbombe gleicht, weil es geologisch falsch platziert wurde. Denn sämtliche Reaktoren wurden damals vor allem unter militärischen und strategischen Aspekten über das Land verteilt. Das gilt auch für das litauische Ignalina, das größte Atomkraftwerk der Welt. Für die geologischen Verhältnisse dort interessierte sich niemand. Der Reaktor von Ignalina entspricht dem Typ von Tschernobyl. Internationale Experten beurteilen diese Bauart als besonders instabil. Außerdem fehlt eine ausreichende Reaktorhülle. Bei einem Unfall würden radioaktive Wolken ungehindert austreten und sich über ganz Europa verteilen können. Die Beschaffenheit der Erdkruste hier vor Ort wurde in den ersten Bauplänen nur sehr simpel behandelt. Oder, um ehrlich zu sein, um die tektonischen Grundlagen hat sich niemand gekümmert. Obwohl es Anzeichen für eine Bruchlinie gab. Vereinzelte Probebohrungen, das war alles. Und auch später, keine speziellen Untersuchungen. Nach dem Unglück in Tschernobyl haben russische und litauische Experten den Untergrund unter dem Atomkraftwerk Ignalina genauer unter die Lupe genommen. In ihrem Bericht von 1989 skizzierten sie alarmierende geologische Verhältnisse. Aber die Verantwortlichen ignorierten die Warnungen der Geologen. Wir kartieren den Untergrund von Ignalina schon seit vielen Jahren. Kürzlich haben wir die Ergebnisse einer ganzen Reihe von Forschungsarbeiten zusammengefasst. Dabei fanden wir eine große Anzahl von Bruchlinien in der Erdkruste. Diese Brüche reichen verschieden tief in die Erde. Von 10 Metern bis zu mehreren hundert Metern. Verschiebungen innerhalb der Erdkruste können gut und gern vorübergehende Erschütterungen erzeugen. Und die können so großen Kraftwerken durchaus gefährlich werden. Wir haben unser Wissen über die Bruchlinien in der Erdkruste einmal mit unseren Aufzeichnungen über Erdbeben verglichen. Was dabei herauskam, die unterirdischen Verschiebungen und damit die Erdbeben folgen den geologischen Bruchlinien. Die Epizentren der Beben liegen auf den Bruchlinien oder direkt daneben. Das größte und stärkste Erdbeben in dieser Gegend hatte eine Stärke von sieben auf einer Skala bis zwölf. Und das ist noch gar nicht so lange her. Es passierte 1908. Sein Epizentrum lag ganz in der Nähe des heutigen Atomkraftwerks Ignalina, etwas nördlich davon. Gerade mal 30 Kilometer entfernt in der Gegend des lettischen Dünaburg. Geologisch ist es schon hochinteressant. Der Atommeiler steht direkt am brisanten Treffpunkt von drei ziemlich gewaltigen Schollen der Erdkruste. Genauer gesagt, die baltische Mulde aus dem Westen trifft hier auf den masurisch-belorussischen Sattel aus dem Osten und den lettischen Sattel aus dem Norden. Wo drei so riesige Stücke der Erdkruste zusammentreffen, da bilden sie einen natürlichen Gefahrenherd. Das ist so wie mit der Stelle, an der ein Knochenbruch verheilt. Was bleibt, ist das Risiko eines erneuten Bruches, wenn die Erdkruste sich verschiebt. Könnte es also in Tschernobyl ein solches Beben gegeben haben? Was sagen die Augenzeugenberichte dazu? Als der Unfall passierte, wurden natürlich alle Mitarbeiter der Nachtschicht irgendwie in das Geschehen verwickelt. Egal ob sie im Kontrollraumdienst hatten oder in der Turbinenhalle, alle haben berichtet, dass sie es irgendwie gespürt haben, als der Unfall sich ankündigte. Die meisten erinnern sich an ein dumpfes Grollen. Damit fing alles an. Ein Geräusch mit einer tiefen Frequenz. Und der Fußboden bebte. Die Wände schwankten, Putz rieselte von der Decke herunter. Alle erinnern sich daran. Die Erde schien sich unter ihnen aufzutun. Einige sagten sogar, es sei ihnen vorgekommen wie ein Erdbeben. 1990. Ein Dokument aus Kiew enthält 20 Augenzeugenberichte. Berichte von Kraftwerksbeschäftigten, die in jener Nacht Dienst hatten. Sie sagten aus, die Erde bebte, bevor die Katastrophe losbrach. Doch diesen interessanten Aussagen wurde niemals irgendeine Beachtung geschenkt. Ich hörte ein Donnern. Eine Platte fiel von der Decke. Säulen wankten. Der Fußboden bebte. Das Licht ging aus. Die Notbeleuchtung sprang an. Nach 30 bis 40 Sekunden hörten wir schrille Geräusche über uns. Aus der Richtung des Korridors. Und in Reihe B brach das Dach ein. Erst fiel eine Platte, dann eine Platte nach der anderen. Dann erloscht das Licht. Erst das Beben, die Stöße und Erschütterungen, dann geht das Licht aus. Als das Licht wieder angeht, wird entschieden, den Reaktor abzuschalten. Genau so war es. Zuerst die Stöße und Schläge und danach die Entscheidung, den Reaktor abzustellen. Das ist der entscheidende Punkt. Überall plötzlich Staubsäulen. Dann ging das Licht aus. Und gleich wieder an. Durch das Loch im Dach konnte ich so einen Schimmer sehen. Kein Feuer etwas anderes. Die Wände im Kontrollraum fingen an zu beben. Auch die Decke und der Fußboden. Nach einigen Sekunden eine zweite Explosion. Etwas schwächer als die erste. Das merkwürdige Licht, wie alles auseinanderflog. Ein bunter Schimmer, der nach oben schlug. Bis zu einer Höhe von 100 Metern. Die Berichte der Augenzeugen und Tschetscherows Ergebnisse machen eines deutlich. Die Erklärung, die die sowjetischen Behörden 1986 veröffentlichten, war falsch. Immer wieder werden völlig überraschende Beobachtungen gemacht. So hatte man etwa gehofft, dass die Grafithülle und der Reaktorkern intakt geblieben seien. Aber nichts von dem. Da klaffte nur noch ein Loch. Man hatte vermutet, dass der ringförmige Bioschutzbehälter um den Reaktor zerstört oder jedenfalls stark beschädigt sei. Aber auch das war falsch. Er war fast heil. Nur geringe Schäden. Auf einem großen Teil seiner Oberfläche, besonders an der Innenseite, war sogar die Farbe noch erhalten geblieben. Man hatte erwartet, dass eine Explosion im Reaktorschacht alles aufreißt. Aber da war nichts aufgerissen. Dafür waren viele der Stützen zur Stabilisierung der Grafitkappe einfach abgeschmolzen und verbrannt. Und wenn man diese geschmolzenen Teile näher betrachtete, dann wurde klar, dass hier eine ganz eigentümliche Hitzeeinwirkung am Werk gewesen war. Wie von einem Schweißbrenner, der die Rohre durchgebrannt hatte. Ja, die Rohre sehen so aus, als ob sie irgendein Schweißgerät oder einen Plasmabrenner abgeschnitten hätte. Der Geophysiker Chataev, der ja die entscheidenden Dokumente besessen haben soll, hörte von der Sammlung der Augenzeugenberichte aus der Unglücksnacht. Er wollte einen Artikel schreiben über den Unfall von Tschernobyl und dass dabei ein örtliches Erdbeben eine Rolle gespielt haben könnte. Aber der Artikel erschien nicht. Überhaupt nie. Chataev fühlte sich in Lebensgefahr. 1995 tauchte er dann ohne Vorwarnung unter. Er hat seinen Wohnort Nalczyk plötzlich verlassen. Seine Wohnung verkauft, seine Arbeit gekündigt. Er ist einfach verschwunden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Später wurde klar, Chataevs Dokumente waren Aufzeichnungen von geheimen militärischen Horchposten. Und diese Aufzeichnungen gelangten schließlich doch noch in die Hände von kritischen Wissenschaftlern. In der Region des Kernkraftwerks Tschernobyl wurden im Jahre 1985 einige Erdbebenmessstationen eingerichtet. Zur Zeit des Unfalls gab es drei solche Stationen. 110 bis 170 Kilometer westlich des Kraftwerks. Diese Einrichtungen waren eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, irgendwelche schwachen örtlichen Erdbeben zu registrieren. Sie zielten vielmehr auf weit entfernte Kernwaffenversuche. Dies hier ist die Kurve der seismografischen Messstation, die Tschernobyl am nächsten liegt. Die Messkurve der Station von Norinsk. An diesem Punkt des Seismogramms tritt die erste Längswelle auf. Und das hier ist eine Querwelle. Dass die Querwelle intensiver ausfällt, das kommt bei Erdbeben öfter vor. Das ist sogar ein starker Hinweis dafür, dass es sich hier tatsächlich um ein Erdbeben gehandelt hat. Weil sich die sekundäre Querwelle hier viel intensiver darstellt, als die schwächere Primäre, die Längswelle. Aber die sowjetischen Behörden ließen diese Aufzeichnungen nicht gelten. Sie lehnten die Erdbebentheorie schlichtweg ab. Man habe das Atomkraftwerk von Tschernobyl in einer Gegend errichtet, die nach allgemeiner Kenntnis geologisch stabil sei. Die Gegner der Erdbebenversion behaupteten, dass es hier gar keine Beben geben könne. Weil bei einer so alten geologischen Tafelstruktur wie in dieser Gegend Erdbeben ganz einfach nicht vorkommen. Aber die seismografische Messstation, die das erste Beben vor der Katastrophe registrierte, hat noch weitere Ereignisse aufgezeichnet, die ebenfalls als Erdstöße identifiziert werden konnten. Es gab also nach dem ersten Beben noch weitere Stöße. Und das heißt eindeutig, der Bereich ist seismisch aktiv, ein Erdbebengebiet. Also jetzt darüber zu sprechen, mit welcher maximalen Stärke die Erde hier beben könnte und wie häufig, dafür ist es vielleicht zu früh. Aber dass es hier Erdbeben gibt, und zwar ziemlich oft, das ist keine Frage mehr. Das ist nun eine Tatsache. Im Moskauer Institut für Geophysik sieht man die Dinge ebenso. Hier tauchten die Seismogramme von Tchataev zuerst auf, nachdem er selber verschwunden war. Wir haben den Zeitpunkt des Erdstoßes, den die seismografische Station festgehalten hat, mit dem Zeitpunkt der Explosion verglichen, den die Internationale Atomenergieagentur in ihrem Bericht nennt. Dabei stellte sich heraus, dass der Erdstoß in der Gegend von Tschernobyl zuerst kam. Die Erde bebte also schon etwa 20 Sekunden vor der Explosion des Reaktors. 22 oder 23 Sekunden vergingen noch nach dem Erdstoß, erst dann ging der Reaktor in die Luft. Selbst ein schwaches natürliches Erdbeben kann schon fatale Schäden zur Folge haben, auch wenn der Kraftwerksblock zunächst noch unversehrt bleibt. Das Beben trifft die technischen Installationen des Blocks, besonders das Kühlsystem mit seinen 1600 empfindlichen Kühlrohren. Wenn auch nur 20 dieser Rohre bersten, dann gilt das nach den Betriebsvorschriften schon als schwerer Unfall. Und wenn da noch mehr Rohre platzen, nicht nur 20, sondern 50 oder gar 100, dann bricht natürlich das ganze System zusammen. Die seismologische Station hat tatsächlich nur ein schwaches örtliches Beben registriert. Berechnungen ergeben aber, dass sein Epizentrum direkt neben dem Kraftwerk gelegen haben muss. Nach den Aufzeichnungen war es tatsächlich ein ziemlich schwaches Beben, etwa von der Stärke 2,5. Aber es sieht so aus, dass unter dem Kraftwerksblock eine Bruchlinie in der Erdkruste verläuft, entweder direkt darunter oder in unmittelbarer Nachbarschaft. Ein Bruch im kristallinen Grundgebirge, in einer Tiefe von nur 450 Metern. Wenn diese Hypothese richtig ist, dann könnte die Wirkung des schwachen Bebens stark genug gewesen sein, insbesondere die Wirkung auf die technischen Installationen des Reaktorblocks. Schwache Erdstöße aus Gebirgsformationen in geringer Tiefe können dann die Wirkung eines Erdbebens der Stärke 7 bis 8 erreichen. Die Forscher des Moskauer Geophysikalischen Instituts haben den Ablauf des Unfalls noch einmal rekonstruiert. Aus den seismografischen Daten, aus den Logbüchern des Kraftwerks und aus den Berichten der Augenzeugen. Sie ermitteln ein völlig neues Bild der Katastrophe. Es ist Mitternacht. Etwa eineinhalb Stunden vor dem Unfall hören Fischer dumpfes Rumoren. 1.10 Uhr. Eine höchst seltsame Erscheinung bei einem Wachtposten am Eingang zur zentralen Halle. Genau darunter soll das Epizentrum des sich anbahnenden Erdbebens gelegen haben. 1.21 Uhr. Der Leiter der Computerzentrale sieht bei seinem Rundgang einen bläulichen Lichtschimmer in der Zentralhalle. 1.23 Uhr und 35 Sekunden. Das Erdbeben beginnt. Ein großes Krachen und Block 4 erzittert. 1.23 Uhr und 40 Sekunden. Der zuständige Mitarbeiter bemerkt das Beben und drückt den Notschalter. Die Vibrationen nehmen zu. Der erste kräftige Stoß. Senkrechte Stützen taumeln hin und her. Deckenplatten fallen herunter. Wieder der Lichtschimmer. In der Maschinenhalle bersten Fenster. Ein heftiger Erdstoß und der Reaktor explodiert. 17 Minuten später registriert ein Kollege im Kontrollraum eine weitere Explosion. Das Erdbeben ist vorüber. Der Seismograph hat die zweite Explosion nicht registriert. Das Bild der Zerstörungen in den oberen Räumen machte uns nachdenklich. Da oben mussten irgendwelche Druckwellen gewütet haben. Vielleicht wurden sie dort sogar ausgelöst. Es gab dort oben eine ganze Menge Ungereimtheiten für uns, deren Ursachen wir uns zunächst nicht erklären konnten. Eine gewaltige Explosion im Reaktor hätte sicher alles zerstört. Hier aber blieben manche Räume unversehrt. Das erschien doch sehr merkwürdig. Dagegen war die Wirkung der Erdstöße unübersehbar. An mehreren Stellen hatten sich große Stahlbetonplatten gelöst. Und dann die dicken Metallrohre im oberen Bereich. Völlig verbogen. Ein Hinweis auf massive horizontale Scherkräfte. Schließlich wurde eine gemeinsame ukrainische-russische Kommission eingesetzt. In ihrem Bericht vom März 1996 kommt sie zu dem Ergebnis, dass es in der Nacht von Tschernobyl tatsächlich ein örtliches Beben gab. Knapp 20 Sekunden vor dem Unfall. Der Bericht ist veröffentlicht. Aber nichts passiert. Kritiker mäkeln lieber an der Qualität der Daten herum. Zum Beispiel an den Uhren im Kraftwerk. Aber Felix Abdekayev meint, die waren in Ordnung. Das Kernkraftwerk besitzt ein Kontrollsystem für die gesamte Technik der im Kraftwerk ablaufenden Prozesse. Dazu gehört auch eine Quarzuhr, die übrigens zuletzt um Mitternacht kontrolliert und justiert wurde. Also eineinhalb Stunden vor dem Unfall. Diese Quarzuhr ist sehr präzise, sodass unsere Daten über den zeitlichen Ablauf sehr verlässlich sind. Der Erdstoß ereignete sich demnach eindeutig vor dem Versuch, den Reaktor abzuschalten und auch vor der Explosion. Dieser Ablauf der Ereignisse ist einer der stärksten Hinweise dafür, dass hier tatsächlich ein Erdbeben die entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Aber es gibt einen Stolperstein. Nach der Version Tschecharovs müsste sich die Lage im Reaktor in 15 bis 20 Sekunden so weit zuspitzen, dass es zur Explosion kommt. Stimmt diese Version oder ist sie falsch? Block 4 bietet doch folgendes Bild. Das geschmolzene Metall ist über den Fußboden geflossen, stieß an ein Hindernis, schnellte hoch und erstarrte traubenförmig. Das kann man heute noch sehen. Und natürlich haben wir es gefilmt. Man kann abschätzen, dass das geschmolzene Metall mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 Meter pro Sekunde geflossen ist. Also nicht langsam oder zähflüssig. 5 Meter pro Sekunde, das ist sehr schnell. Dabei hat die Metallschmelze aus dem Reaktor maximal 50 Meter zurückgelegt. Das Metall ist also etwa 10 Sekunden lang geflossen. Dann erstarrte es. Und zwar oft in senkrechter Stellung, also während es herunterströmte. Da war also nicht einmal genug Zeit, um auf den Boden zu fließen und dort zu erstarren. Dazu kommt die Tatsache, dass Menschen im zerstörten Reaktor herumgeklettert sind. Man dachte natürlich, dass dort die Strahlungsintensität gewaltig sein müsse, weil ja das radioaktive Material aus dem Reaktorkern dorthin geflossen sei. Nun stellte sich heraus, dass dort die Strahlung in Wirklichkeit gar nicht so stark ist. Natürlich hatten die Leute für die Expedition in die Reaktorruine Schutzanzüge angezogen. Aber trotzdem überrascht es doch sehr, dass keiner von ihnen gestorben ist. Anscheinend nicht einmal jemand ernsthaft erkrankt ist. Das ist schon interessant. Offenbar hat vom radioaktiven Material aus dem Reaktor kaum etwas den Weg ins Gebäude gefunden. Nicht einmal im freien Fall nach unten. Es ging einfach alles viel zu schnell. Auf der KGB-Liste ist unter Punkt 10 zu lesen, Informationen über den Reaktorkern, die verraten könnten, dass gefährliche Mengen von Radioaktivität in die Umwelt entwichen sind, müssen geheim gehalten werden. Für die ehemalige Sowjetunion mag der KGB-Auftrag funktioniert haben. Aber die Messwerte rund um den Globus sprechen eine deutliche Sprache. Danach hat der Reaktor viel mehr radioaktives Material in die Atmosphäre geschleudert, als die Behörden angeben. Offiziell sind nur 4% der Reaktorfüllung entwichen und 96% lagern noch in der Ruine. Tatsächlich ist es wohl umgekehrt. Fast alles flog heraus und der Reaktor ist fast leer. Nur deshalb können Menschen hineinklettern, ohne zu sterben. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Die neue Version über den wahren Grund der Katastrophe von Tschernobyl wird von der Seismologie bestens gestützt. Nach dieser Version ging der Explosion des Reaktors ein Erdbeben voraus. Der ganze Ablauf der Katastrophe, die registrierte Aktivität in der Erdkruste, sowie alle weiteren bekannt gewordenen Faktoren, alles spricht dafür, dass die Gefährdung durch Erdbeben viel weiter verbreitet sein könnte, als man das bisher dachte. Und deshalb stellt sich nun eine geradezu lebenswichtige Aufgabe. Bei buchstäblich allen Atomkraftwerken auf dem Globus ist die geologische Situation zu überprüfen, ist nach dem Erdbebenrisiko zu fahnden. Denn schließlich existiert ja eine fatale Gesetzmäßigkeit, weil jedes Atomkraftwerk eine Menge Wasser für seine Kühlung braucht. Es muss daher zum Beispiel irgendwo in der Nähe eines Flusses errichtet werden. Und Flüsse bevorzugen nun einmal geologische Bruchlinien. So führt die technisch einfache Lösung des Kühlwasserproblems fast automatisch dazu, dass Kraftwerke direkt neben geologische Bruchlinien gesetzt werden. Das ist eine gesicherte Tatsache. Russische Geologen können heute nicht weniger als acht falsch platzierte Atomkraftwerke aus der ehemaligen Sowjetunion benennen. Tschernobyl, Rofno, Kalinin, Beloyarsk, Kursk, Sosnovibor, Saporosk und vor allem Ignalina, das größte und vielleicht gefährlichste von allen. Wenn der wahre Grund von Tschernobyl tatsächlich ein Erdbeben war, dann könnte das ernsthafte Konsequenzen haben. Nicht nur für die Anlagen in Osteuropa, die sowieso als unsicher gelten, sondern für viele Atomkraftwerke auf der ganzen Welt. Nun, irgendwelche Interessen hat natürlich jeder. Und letztlich geht es immer ums Geld. Und nicht etwa um Philosophie. Auf jeden Fall gibt es hier kein Interesse an der Wahrheit. Überhaupt keins. Weil, ja, was sollte man denn mit dieser Wahrheit anfangen? Und wir werden nie erfahren, ob dieser Mann die Wahrheit kannte, als er die offizielle Erklärung zu Tschernobyl vor der Weltpresse abgab. 1988, fast genau zwei Jahre nach der Katastrophe, beging Valerij Legasov selbst noch. Es geht ganz einfach darum. An welchem Ort bebt die Erde das nächste Mal? Und wann? Und mit welcher Stärke auf der Richterskala? Die Wahrscheinlichkeit für das nächste Erdbeben ist größer als null, so viel ist sicher. Also sollte jeder Staat, dem das Leben seiner Bürger etwas wert ist, entsprechende Untersuchungen in Auftrag geben. Und zwar kann man die offizielle Erdbeben aufbauen. Und zwar kann man die Erdbeben aufbauen. Vielen Dank.